und damit haben wir uns liebe leute willkommen jetzt wieder zurück zu batman alchem night soll echt ein bisschen planlos hier weil eigentlich wer ja blässt dran ja nur das blöde ist hier bestens die server taun zumindest die login server auf ps4 funktioniert nicht xbox glaube ich auch das weiß jetzt nicht ganz sicher ja deswegen machen wir halt mal kurze überbrückung je nachdem wann die dann online sind einfach mal mit batman weiter ja wenn jetzt natürlich drei stunden bräuchten gut dass ich bei batman durch klar wegen einer halben stunde sitze ich nicht auf bläst das lohnt sich nicht namen zero und dann ja schauen wir mal anscheinend brauchen sie jetzt nur noch eine stunde bis sie selber wieder funzen bei bläs ja wer von euch will keine gerne mal probieren ob lässt dann wieder funzt aber wir haben ja schon geschrieben dass sie probleme haben mit authentifizierung server geschichte blablabla ja so heute machen wir gleich mit haben wir die auch so wo sie unterstehen geblieben weiß ich nicht mehr was ist denn hier das nächste 900 wird das hier wieder nach so die prüfung des redlers ist in kingston bisher hat er nur mit mir gespielt und das gefühl der macht genossen doch ich befürchte er wird sich nicht länger mitspielen heute oder ernst wir haben schon überlegen ja mit wochenende das ist das falsche taste war ich jetzt nicht überfahren scheiße ups ja ich soll natürlich nicht auf die tasse l1 kommen ist ja eventuell schlecht naja egal gut ist gesichert los geht's so hoffe ich mal was gescheiteres hier und nicht wie beim letzten mal ich kann dir gar nicht sagen wie erfreundlich bin dass du bei meinen spielen mitmachst du kannst dir gar nicht vorstellen wie es ist intellektuell weit über dem rest der menschheit zu stehen freilich kann ich nicht behaupten dass du es mit schwer machst dunkler Ritter aber dein schwacher Widerstand ist ja nach dem ne manche stecken das weg wie nix ne vielleicht ist doch ja einer davon oder vielleicht war es ja wirklich nur so minimal invasiv ne dass es hier groß keine nachwirkungen hat sag ich jetzt mal ja genau sein ja 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 schnitzel mal vollgas und scheinrot nee hm 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 Ach, okay. Okay. Jetzt da lang. Oh ja, das hier bringt mir jetzt nicht viel, ne? Da gehe ich ja nur da einen wieder zurück. Äh, ja. Wollte ich gerade sagen, gleitest du heute noch, oder? Äh. Wird auch auf, dich da runter zu stürzen. Sehr fix. Hmm. Wie wäre das was? Na, Lara. Ne, ist überall nichts im Hochziehen. So, wo ich ja? Äh, ich bin da. Ne. Aber heute erst, oder was, Marco? Ja, bitte gerne, ne? Und das finde ich mal hier ein guter Tauschen, das ist hier, ne? Genau so muss. Oh Mann, nice. Aber wieso heute erst? Alter, wow. Komisch, weil bei, bei... Ja, Zill Row kam es gestern. Und hier habe ich ja ein Tag später, nee, zwei Tage später losgeschickt. Was ist denn? Oh, mei. Äh. So. Bla, 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 bla. Oh, das könnte sein, oder? Äh. Äh. Ja, schauen wir mal hier. Äh. Äh, das ist auch nicht. Äh. Hmm. Ich komme jetzt da und ich bin im Auto rüber. Ja, weil das Problem ist, da falle ich zu schnell runter. Hä? Kann er sich da hochziehen? Hm. Ah, da steht Zeh dran. Okay, nice. Was? Äh. Ja, das soll ich in der Fall auch rüber fahren, ne? Äh. Okay. Das war too much. Hä? Alter. Zieht der da auf einmal nur hoch? So. Ja, denke die, ja. Sehr nice. Oh, die fast auch noch ist getroffen, ne? Oh, hier ist fasziniert, die können das ja so reinkommen, aber egal. Oh, Mann. Echt jetzt? Machen wir natürlich wieder so. Pledermäusche, die einzigen fliegenden Zeugetiere, da du ja ein echter Kleid ist, bist du eigentlich ein Hörnchenart. Und so war es auch noch am Abend hier, wo ich mich auf Platz eingestellt habe, verdammte Scheiße. Wie? Alter. Oh. Oh. So. Wieder. Ja. Achso. Äh. Ja, ne 3. Zwei von unten dann. Höp. Okay, Zeit zu sterben. Viel an. Fück. Tja, so wollte ich eigentlich nicht meine Nacht verbringen. Ha! So. Du brauchst dir keine falsche Hoffnung. Hedeck, 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 hedeck. So, dann geh. Oh gut, mehr Spaß. Ha, 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 Catwoman. Diese Nacht dreht sich nicht um dich. Warte auf Batman. Batman, Batman, Batman. 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 Warste Diskussion, ich rauf gar nicht, warum was er schreibt. Du gehst mir jetzt schon auf den Sack. Oh Mann. Na, wir wollen schon mal nicht drücken, das ist doch schon mal nice. So. Was haben wir denn jetzt in der Nähe? 692, auch jetzt die Hauptmission, ne? Boah. Irgendwann. Warte mal, Leute. Oh, Mensch. Oh, Mensch. Ich habe gehört, Gasmasken helfen nicht, weil das Toxin zu stark ist. Und wieder mal, fein um. Hm. Nö. Schade. Egal. Der Titler. Der Riddler bringt heute Nacht Batman und Catwoman um. Vielleicht ist er wirklich ein Genie. Hä. Aber kommt schon gar nicht nach wie vor das Game hier. Was schien die Welt wohl, wenn sie dich anziehen, Batman? Mach da unten. Den Helden, den Reitern oder den Architekten von Gossensuntergang. Oh ja. Und dann machst du vielleicht instant Platin-Fisch, oder? Schön, dich zu sehen, Batman. Hey, Batman. Wie geht's? Lass mich wissen, wenn ich irgendwie helfen kann. Hm. Äh, gute Frage, Fisch. Ich denke, ihr mal mit. Was ist nur auf dem Luftschiff passiert? Scarecrow hat sich den Cloudburst geschnappt. Schätze, das ist übel. Wo ist Gordon? Ihr sucht immer noch nach Barb. Ist nicht zu erreichen. Sag mir, dass du sie gefunden hast. Cash. Es tut mir leid. Nein. Sag nichts. Nicht sie. Wenn Gordon hierher kommt, sperren sie ihn ein. Wenn er sich Scarecrow vornimmt, kann das niemals gut gehen. Müsste er eigentlich, ja? Das durfte sich eigentlich auch sehen, ja. Ja. Ich brauche deine Hilfe. So wie ich das sehe, brauchst du ein Wunder. Hm. Warum macht ihr das Gas nichts aus? Du hast Angst. Das bist du auch, wenn du wüsstest, was Scarecrow vorhat. Und warum sollte ich dir trauen? Weil ohne deine Hilfe jede einzelne Pflanze in dieser Stadt sterben wird. Wegen diesem Wunder. Ich habe eine Spore als Gegenmittel für Cranes Gift entwickelt. Einfach, wenn man weiß wie. Und Pflanzen auf Molina. Oh, zapft es! Das sind die ältesten Pflanzen gotheps. Sie verraten mir, was wir tun müssen. Ja, denke ich, Holger aus mal. Und ja, stimmt ja. Jetzt haben wir 20 Minuten. Natürlich ein bisschen kurz, hä? Äh. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Mit Blasenentzündungen. Gut, also Ivy kamen wir uns auf jeden Fall mal doch hin zu den botanischen Gärten. Zu ihren Pflänzeleins. Cash, das Rolltour öffnet sich nicht. Was ist los? Da draußen ist ein verdammt dicker Panzer unterwegs. Macht nichts. Ganz wie ich. Öffnen Sie das Rolltour und ich scanne ihn vom Dach. Vielleicht finde ich eine Schwachstelle. Ich mache auf. Lass dich nicht umbringen. Aus Blasen macht der denn was? Blasenentzündungen, okay. Hey! Das habe ich gar nicht gemacht. Da ist der Panzer. Ich muss seine Hülle scannen, um eine Schwachstelle zu finden. Auf diese Entfernung muss ich zum Scannen auf das Ziel zoomen und fokussieren. Der Panzer hat seinen Vektor 3 entlangt. Alle nicht essentiellen Einheiten gegensumgehend räumen. Das Weltmobil beherrscht diese Straßen nicht. Die Rückseite ist gescannt. Jetzt muss ich die Seiten scannen. Hup. Alter, echt jetzt? Ne, das wird da lang. Ich habe diesen Bereich bereits analysiert. Die linke Seite ist gescannt. Jetzt die rechte Seite scannen. Ich habe diesen Bereich bereits analysiert. Okay. Ich bin jetzt nicht mal. Ich bin jetzt übersteigt. chợr ist aus Harder. Vor kurzem wiederum. ich habe diesen bereich bereits analysiert nein mensch so wohin fährt er jetzt? weiß keiner ist doch da lang die cobra-drohne würde das badmobil nach ein paar schüssen in stücke reißen und ihre panzerung kann von den waffen des badmobils nicht durchdrungen werden sie hat aber eine schwachstelle der hintere auspuffstutzen führt direkt zur energie stelle ein gut platzierter schuss mit dem 60 mm geschützt sollte sie ausschalten ja na dann ich muss aus der reichweite des panzers raus bevor ich das badmobil rufen kann oh mensch ich muss aus der reichweite des panzers raus bevor ich das badmobil rufen kann echt jetzt ja eigentlich ja das ist aber ein dick grindy auf dem radar kann ich die drohne verfolgen damit ich die auspuffstutzen von hinten anvisieren kann äh Nice. Danke, Lucius. Das PRP-Kack-Katzperr? Das war ja Kaspar, oder? Ja, auf jeden Fall danke dir. Nein. Wenn ich es durchgespielt hätte und Platin hätte... Kaspar, oder so. Und Platin hätte, würde ich es nie wieder spielen. Also eher nein. Ach, Prestige als die Fledermaus. Ach, Prestige als die Fledermaus. Ach, Prestige als die Fledermaus. Wö? Nice. Eine Woche gespart. Gut, da mir in dem Fall wurscht, weil ich komme eh nicht hin vom Level, aber egal. Ihr hattet ja irgendwie das Problem, dass ihr diese tägliche Belohnungen mehrfach abholen konntest. Heute. Deswegen haben sie ja sicher, dass sie die Server abgeschalten. Werde nicht, Mann. Ich spiele mir nur bis Platin danach nicht wieder. Wirklich nicht über ein ganzes Gebäude projiziert sehen. So, einmal Winterreife. Dieser elektromagnetische Impuls wurde entwickelt, um Drohnen-Zielsysteme zu stören und anfliegende Raketen fehlzuleiten. Erfolgreiche Treffer immobilisieren zudem Bedrohungen in der Umgebung. Ja. Jetzt muss ich nur Ivy zum botanischen Garten bringen. So, was hat jetzt die Uhr? Mal eine halbe Stunde. Ne, fahren wir nicht halt, die da noch schnell hin da. Oh, das ist halt auch noch fix. Bum. Da. Ja, und dann kann man ja immer noch hier oben switchen. Ich fürchte, drei weitere dieser Cobra-Panzer sind jetzt im Einsatz. Danke, Herr Rött. Ich muss sie ausschalten, bevor ich Ivy absetze. So. Cobra-Panzer erledigt. Halten, Formation. Eine Frage. Tat es weh, ihr Sterben zuzusehen? Nichts tun zu können? Oh, Alter. Hören sie nicht gut. Naja. Du gehörst uns, Batman. Uh. Hier, Fascho. Hm. Ups. Ich komm, dich holen. Gute Mach, du Trottel. Er ist hier. Einfach. Willst du fangen? Was auch immer du planst, es wird nicht reichen. Du kannst es sich nicht mehr in die Garten. Oh, haben Sie Glück. Du kannst es nicht mehr in die Garten. Und ich werde zu sehen, wie du stirbst. Hör dir mal, Fascho. Ich freue mich. in einem Stück zum botanischen Garten zu bringen Batman oder dein Wunderfeld. Die Fähne muss, wir verfolgen, wir bringen das Pedal durch, los! Das war knapp. Hehehe. Keis. Äh, auch Mensch. Ah, ne Wurscht. Ah, wer da steht, das ist ein riesiges Gebäude. Ah, ne Wurscht. Einfach geil. So, wo wollte ich jetzt nochmal? Ach ja. Wann war nochmal Reset with the weekly boss? Nein, das ist gut gut. Da wären wir, Ivy. Was jetzt? Sieh nur. Sie ist älter als die gesamte Menschheit es ist. Sie hat noch immer große Macht. Aber sie ist schwach. Vergiftet durch Jahrzehnte der Verschmutzung. Allein kommt sie nicht gegen Scarecrows Gift an. Dann brauchen wir noch eine. Es gibt keine zweite wie sie. Nicht mehr. Alter, okay. Haben die jetzt alles über den Kopf geschmissen? Sie wurden gestutzt, überbaut, bekamen kein Sonnenlicht mehr. Wenn ich die Wurzeln finde, kannst du sie retten. Sie sind verloren. Vergraben unter den Betonmonstern. Wie willst du? Je größer die Pflanze, desto tiefer die Wurzel. Warte hier. Ich finde einen Weg sie zu befreien. Ah. Lucius, ich muss ein uraltes Wurzelsystem verfolgen. Es verläuft tief im Untergrund. Ich kann sicherlich etwas zusammenbauen. Aber es wird etwas dauern. Kommen Sie vorbei, wenn Sie bereit sind. Bereit? Danke, Lucius. Alfred, gib mir ein Update für Gothams Fahndungsliste. Mal sehen. Nightwing hat einen weiteren Truck des Pinguins verfolgt. Das sollte uns zu einem weiteren Depot führen. Und uns die Gelegenheit bieten, Cobblepot von seinen Waffen zu trennen. Wir haben einen Raubüberfall in der Bank of Gotham in Chinatown. Die Überwachungsaufnahmen entlarven die Täter als Vertraute von Two-Face. Hat Mr. Ted seine Münze verlegt? Was immer er will, er muss gestoppt werden. Danke, Alfred. Ah. He. Sie sind in unserer Stadt. Zeigen wir denen, wer der Boss ist. Also, wessen Kehle schlitzen wir zuerst auf? Ah, heute wieder auf der V10. In hoffnung, dass ich mich kurz noch rüberfahren lasse hier. Ja, mit Marco, ne? Weiß ja, mach ich alles nur für meine Lieblingskampen. Ich bin echt kein Auto vorbei, ist ja langweilig. Hallo? Hä? Na ja, was sind denn jetzt hier in der Nähe? 720, Infos 430, auch ne, ne Schulter-Riddler. Alter, da wirst du gar nicht, was machen. Du sagst, es gut ist wenigstens hier auch, dass alle Dinger, also egal, was du machst, läuft immer auf Zockis raus. Das ist schon mal nice. Die Freimenge. Ja, man muss nur über Berlin fliegen, ne? Sir, ein Polizeihubschrauber und einen der vermissten Feuerwehrleute auf einem Dach in der Nähe der Grave Avenue entdeckt. Ja, mach mal den. Leider keine exakte Position. Viel Glück. Was war da, ne? Wildmüll! Es ist Wildmüll! Ja, da. Kein Durchkommen. Drehung! Dein Gesicht bei seinem Anblick. Hä? Wer hätte das gedacht? Der große, böse Batman hat Angst vor seinem Spiegelbild. Keine Sorge, wie sagt ihr, wenn es so weit ist? Ich will doch die Angst in deinen Augen sehen. Hm. Naja, war schon. Einfach einer. Hahaha. Bums. Oh. Halt auf! Wer denn ist hier? Dreh meine Tiere! Halt auf! Gute! Halt auf! Halt auf! Halt auf! Danke, Batman. Wo sind die anderen? Oh, geht's denn, Lara? Was war das nochmal? Auto, ne, Maximum? Ich sollte gar nicht hier sein. Ich wurde vor zwei Wochen gefeuert. Wie so viele. Staatliche Kürzungen. Anscheinend braucht Gotham keine Feuerwehrleute mehr. Bis so etwas passiert, dann wollen sie uns wieder zurück. Wenigstens schert sich einer in der Stadt um uns. Danke. Warten Sie hier. Ein Polizist wird Sie zum GCPD bringen. Oh, nice. GZ. Ja, läuft. So. Haben wir das auch. Ja, was haben wir denn? Da ist es mittlerweile wieder. Drei. Wird sie nicht. Irgendwas Fixes. Nein. Da wäre das näher. Es wird höchste Zeit, die Checkpoints der Milizkräfte zu zerstören. Alles Riddler. Hm. Ah. Der Waffentruck. Ach du Scheiße. So viel hier. Wow. Ah, der Silber. Hahaha. Servus, Jana. Wiederholen. Wir kommen an plus 30. Okay. Also nur plus 30 Ruf oder was? Weil es ist ja eigentlich fast ja nichts. Hm. Da ist er. Da ist er. Schlapp dich. Mit dir will ich Spaß haben, Batman. Und ich will dir die Fasche. So guck. Hahaha. Ah ok, ja gut, ja ich mach ihn besser wie nix, ne? So! Der Helm! So! Noch einer da, der mich superliverweise überfahren will? Gut bestimmt. Wozu braucht der Riddler kein Woman überhaupt? Ich dachte, dem gehts nur um Batman. Ne, wohl nicht. Hä? 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 Wenn ich mich auf diesen Werbetarf, inzwischen Riddler und Scarecrow... Hm. Da ist er, Rami. Passt. Tschüss. Ja. Schall. Aber ich hoffe, dass es die Nummer 20 wäre, dass er die nochmal bling gemacht hat. Hm. Die Reaktion, die man... Sieh wirklich eine Fledermaus, oder? Ich hab ihn nämlich vor kurzem gesehen, und er sah echt aus wie eine riesige Fledermaus. Ah. Naja, kann Rieswold verdienen. Die Miliz redet dauernd über dieses Cloudburst-Ding. Vielleicht hat das Zeit, die Stadt zu verlassen. Hm. Was macht ihr Fledermaus hier? Tschönen. So, wir Tafel. Der Penner hätte ein Blatt heben bleiben sollen. Der Penner hätte ein Blatt zu verlassen. Äi, 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 äi. So. Passt auf! Was? Was ist hier? Ich bin es ja so, wie ihr die macht, oder was? Mist. Äh. Äh. Plus 50, Alter, das ist nice. Das ist immer richtig nice. Alter, was haben die da alles geändert? Teile mal mit 4 Stunden 30. Da wird es garantiert hier keine 1700 mehr geben, wenn du es abgibst. Also, glaube ich. Seht ihr das Luft, Jeff? Die Beläts hat die ganze Frontseite abgelassen. Oh. Oh, leust. So. Du vielleicht? Sie werden dich vom Asphaltkanten wegnehmen. Hup. Hup. Geht's doch nicht. Naja, gut. Das werde ich wahrscheinlich so 18 oder 19 haben. Hup. Äh. Aber gut. Wenn es eh dann... Aber das ist um Welten besser. Seine Drache gleich kommt, wo ich mir fast meine, als ich erinnere, gleich hier umswitch. Ich verschwinde von hier. Hä. Zauern denn alle ab, was holen wir denn das? Wir sollten von hier verschwinden. Scarecrow hat was vor, das merke ich. Hä. Hä. Keine Summe hier. Schnauze. Schnauze. Spendor, konzentrier dich so gut du kannst wie ein Hund, der nur seinem Herrchen zurückkehrt. Dann findest du bestimmt deswegen zurück. Hm. Na egal, die wird ja in dem Fall eh dann gleich kommen, äh, also demnächst, und so. Ja, dann machen wir es jetzt einfach hier aus, an der Stelle, weil, ja, dann switche ich mal lieber hier um, was, vor 8 Minuten, äh, ich weiß ja gar nicht, wo ich speicherte denn sonst, ey, warte, machen wir halt das, dann machen wir halt das, äh, 3 wird nicht reichen, oder, nee, warte, hm, Unbewirkungsdauer, ne, warte, ah, Tonsteuerung, ne, ne, Ah, was sind wir das auch noch, warte, hm, ich sehe, da habe ich gerade nichts, ne, wow, Ach, scheiß drauf, so, nee, dann lassen wir es jetzt an der Stelle gut sein, ja, switchen wir lieber um hier auf, ähm, Blast Unleashed, na, weil das war ja eigentlich hier auf dem Plan, 3 Trophys haben wir ja trotzdem, vor dem her passt, sei es bisher der kurzeste, Batman Stream, aber, ja, ja, Batman eine halbe Stunde, und jetzt hier, knapp eine Stunde, ja, ne, aber gut, egal, dann lassen wir den Zoo ja, also wie ihr wollt, ne, bleibt einfach kurz dran, ich switche nur das Spiel hier auf Blast Unleashed, und dann geht der Stream ja auch gleich wieder los, und weiter, und so weiter, weiter, und so weiter, äh, 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 ah, genau, passt, ja, von dem her, danke fürs Zuschauen, was Batman betrifft, wenn ihr wollt, bleibt dran, dann sehen wir uns gleich wieder bei Blast Unleashed, und, ja, in meinem Fall, bis gleich.